Immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg. Die Operngala in Doberluck-Kirchhain mit Weltstar Rolando Villasson und dem Brandenburgischen Staatsorchester Frankfurt. Am 22. Juni auf der Schlosswiese in Doberluck. Ein Erlebnis mit klassischen Opernhits von Mozart bis Verdi und Ohrwürmern der Operette und mit einem Feuerwerksspektakel der Sonderklasse. Jetzt schon Kartensichern. Online über spk-elbe-elster.de slash Ticketshop Dann bräuchte ich von dir nur noch ein Autogramm. Natürlich, Thomas. Nee, hier auf den Lieferschein. Unsere Nachbarschaft gewinnt mit den Expert-EM-Angeboten. Der DeLonghi Kaffee-Vollautomat Reveglia. Mit zwei austauschbaren Wohnbehältern für noch mehr Kaffeevielfalt. Für 859 Euro. Jetzt bei Expert. Ihre Expert-Fachmärkte in Hoyerswerder, Cottbus, Görlitz, Bautzen, Zesen, Rangsdorf, Fürstenwalde und Bischofswerder. Immer gut informiert mit der Drehscheibe Lausitz. Hallo und herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz am Mittwoch, dem 15. Mai. Ich freue mich, dass Sie wieder die Lausitzwelle eingeschaltet haben. Machen Sie sich einstiegs jetzt bereit auf eine aufregende Reise an Bord des Motorschiffs Amerika. Das Musical Anything Goes feiert am 25. Mai in Görlitz Premiere und nimmt Sie mit auf eine turbulente Überfahrt von New York nach London. Wir haben uns die Vorbereitungen vor Ort mal genauer angesehen. Zum Abschluss unseres ersten Nachrichten-Bloges haben wir für Sie außerdem noch einen kleinen Ausflugstipp parat. Alljährlich um die Pfingstzeit blüht nämlich in den Landschaftspark der Lausitz der Rode Dendron. Neben dem Kromlau und dem Bad Musgauer Park ist die üppige Blütenpracht auch auf dem Kamenzer Hutberg zu erleben, wie unsere Bilder eindrucksvoll zeigen. Der Platz vor dem Gerhard-Hauptmann-Theater bis zum Kaisertrutz ist derzeit weiträumig mit Bauzäunen abgesperrt. Entwarnung, es handelt sich um keine neue Baustelle. Abgesperrt wurde das Motorschiff Amerika, das an dieser Stelle gestrandet ist. Wenn das Schiff nicht gerade in Görlitz aufgrund gelaufen ist, begibt es sich auf Überfahrt von New York nach London, so bei Anything Goes, dem Musical in zwei Akten, das am 25. Mai vor dem Kaisertrutz Premiere hat. Die Proben laufen. Passanten können durch den Bauzaun einen Teil des Schiffes sehen. Hineinschauen in das Leben der Passagiere an Bord können sie erst später. In New York ist eine bunt zusammengewürfelte Reisegesellschaft an Bord gegangen. Ein Börsenmakler, der einer Witwe den Hof macht, die in finanzielle Schwierigkeiten geraten ist und deshalb mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln versucht, ihre Tochter mit einem reichen Engländer zu verheiraten. Das ehemalige Showgirl beispielsweise, das inzwischen als Laienpriesterin mit Hang zum Erotischen unterwegs ist, soll beim Verkuppelungsstil behilflich sein. Ob das gelingt, können die Zuschauer bald erfahren. Cole Porters erstes Erfolgsmusical Anything Goes ist eine aberwitzige Show voller Humor, Slapstick und großartiger Musik. Mitreißende Tanz- und Steppnummern sowie Songs, von denen einige zu den bekanntesten amerikanischen Jazzstandards zählen, garantieren gute Unterhaltung. Den Ruf von der Brücke, kommen Sie mit uns an Bord, um mit uns in See zu stechen, sollte niemand überhören, der neugierig genug ist, um erfahren zu wollen, welche Geheimnisse das MS Amerika von New York nach London transportiert. Anything Goes ins Deutsche übersetzt heißt, alles ist möglich. Davon dürfen die Zuschauer schon mal ausgehen. Für die Premiere am 25. Mai um 19.30 Uhr verlosen wir drei Freikarten. Mehr Infos dazu gibt es auch auf unseren Lausitzwelle Facebook- und Instagram-Kanälen. Im Falkenberger Haus des Gastes kam der Kreistag Elbe-Elster zu seiner letzten regulären Sitzung der Wahlperiode zusammen. Der Kreistagsvorsitzende Thomas Lehmann und Landrat Christian Jaschinski warfen einen Blick zurück auf die vielfältigen Herausforderungen der vergangenen Legislatur, darunter auch die Krankenhausproblematik, welche auch in den kommenden Jahren weiter Thema sein wird. Das aktuelle vorgelegte Konzept zur Entwicklung am Standort Finsterwelle setzt auf die Etablierung eines Gesundheitszentrums, dass bedarfsgerechte medizinische Angebote für die Bevölkerung vor Ort unter einem Dach bündeln. Unter anderem geht es um die Verzahnung stationärer und ambulanteren Versorgung. Im Neugstoffverfahren der Kassenärztlichen Vereinigung zum Standortkonzept am 9. April diesen Jahres fand der Bildungsansatz für den Standort Finsterwelle eine freige Zustimmung bei den Beteiligten, auch bei den dort anwesenden Bürgermeister der Standfinsterwelle. Im Prinzip entspricht dieses Konzept aber auch der Probeskizze der damaligen Geschäftsführung aus dem Jahr 2021. Begrüßt wurde die neue Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises, Andrea Emisch-Matschikowski. Sie tritt die Nachfolge von UT-Meeting an, welche zum Monatsende in den Ruhestand geht. Darüber hinaus ehrtet der Kreistag die ausscheidenden Kreistagsmitglieder, welche nicht mehr zur Wahl antreten. Auf der Tagesordnung der letzten Sitzung stand unter anderem der Bericht der Kreismusik- und Kunstschule Gebrüder Grauen. Das nun breitere Portfolio der Musik- und Kunstschule trifft auf breites Interesse, so die Fachbereichsleiterin Gabriele Lang. Insbesondere der neu entstandene Bereich Kunst konnte bereits zahlreiche Akzente setzen, welche den Abgeordneten erstmals auch musikalisch präsentiert wurden. Mit breiter Mehrheit wurde die Verwaltung von den Abgeordneten außerdem beauftragt, weitere Möglichkeiten zur Integration von erwerbsfähigen Asylbewerbern zu finden. Breite Zustimmung fand auch eine Satzung über die Erhebung von Kostenbeiträgen und Zuschüssen zur Versorgung von Kindern mit Mittagessen, sprich über Zuschüsse zum sogenannten Essensgeld. Der letzte öffentliche Tagesordnungspunkt der Legislatur war die Übertragung der landesschifffahrtlichen Aufgaben des Landkreises Elbe-Elster an den benachbarten OSL-Kreis. Die Vereinbarung soll noch in diesem Jahr in Kraft treten und fand ebenfalls breite Zustimmung. Ein obligatorisches Abschlussfoto mit den anwesenden Abgeordneten des Kreistages durfte natürlich auch nicht fehlen. Am 9. Juni sind die Einwohner des Landkreises Elbe-Elster dazu aufgerufen, einen neuen Kreistag zu wählen. An diesem Tag finden außerdem die Europawahlen und in Brandenburg die Wahlen zu den Stadtverordnetenversammlungen und Gemeindevertretungen statt. Die Rhododendron-Blüte auf dem Hutschberg ist in vollem Gange. Alljährlich ist der Kamenzer Hausberg um die Pfingstzeit in ein regelrechtes, buntes Blütenmeer verwandelt. In dem von Wilhelm Weise um 1890 parkähnlich angelegten Areal finden sich zahlreiche Rhododendren und Freilandazaleen, welche in den unterschiedlichsten Farben daherkommen. Von weiß über leuchtend gelb, orange bis hin zu intensiven Rottönen sind der Blütenpracht dabei kaum Grenzen gesetzt. Gern verweilen daher auch Besucher auf einer der zahlreich vorhandenen Bänke am Wegesrand und genießen den Anblick. Doch nicht nur die Farbenfülle macht das Flair dieses Landschaftsparkes aus. Zugleich ist es auch der von Gärtnermeister Weise angelegte Baumbestand, der seine natürliche Anziehungskraft entfaltet. An manchen Stellen gar fühlt sich der Besucher durchaus an eine Fantasiewelt erinnert. Neben dem Kromlauer Park und dem Fürstpückler Park in Bad Muskau gehört auch der Bergpark auf dem Hutberg der Lessingstadt, besonders um Pfingsten zu den touristischen Highlights der Lausitz. Mit dem Thema Schmerzen geht es in unserer heutigen Drehscherbe Lausitz jetzt weiter in den Kurznachrichten vom Tage. Die Schmerzambulanz des MVZ in Elbe-Elster soll wieder eröffnet werden. Aufgrund eines Personalwechsels im ärztlichen Bereich musste sie vorübergehend geschlossen werden und soll nun wieder für alle Patienten zugänglich sein. Die Schmerzambulanz der Elbe-Elster-MVZ GmbH wird ab dem 1. Juli wieder für alle Schmerzpatienten zugänglich sein. Die vorübergehende Schließung aufgrund eines Personalwechsels im ärztlichen Bereich Ende Februar wird somit beendet. Die Wiederaufnahme der Ambulanz wurde vom Zulassungsausschuss der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg genehmigt. Markus Bürgmeier, der bereits als Chefarzt im Elbe-Elster-Klinikum tätig ist, wird die Praxis in Finsterwalde übernehmen. Frau John, Leiterin der Elbe-Elster-MVZ GmbH, äußert sich erfreut über die Zusage des Zulassungsausschusses und die Gewinnung von Herrn Bürgmeier. Die Praxisorganisation wird nun vorangetrieben, um zeitnah Termine für die Patienten zu vergeben. Im Juli 2022 trat das bundesweite Mietspiegel-Reformgesetz in Kraft der Städte mit über 50.000 Einwohnern zur Erstellung von Mietspiegeln verpflichtet. Görlitz beauftragte das ALP-Institut für Wohnen und Stadtentwicklung GmbH aus Hamburg, nun einen qualifizierten Mietspiegel zu erstellen. Dieser bietet Transparenz und Rechtssicherheit auf dem Wohnungsmarkt, in dem er die ortsübliche Vergleichsmiete dokumentiert. Für die Erstellung werden 3.000 Wohnungen befragt, wobei Mieter Angaben zur Miete, Wohnfläche und Ausstattung machen können, entweder online oder per Papierfragebogen. Vermieter mit großen Beständen in Görlitz sind ebenfalls zur Auskunft verpflichtet. Die Teilnahme an der Befragung ist gesetzlich vorgeschrieben. In Pantschwitz-Kuckau an der Startstraße 100 wird wieder geblitzt. In den letzten Tagen wurde die im Mai 2023 gesprengte Geschwindigkeitsmessanlage durch eine neue und moderne Nachfolgerin ersetzt. Sie steht auf der anderen nördlichen Straßenseite und kann in beide Richtungen blitzen. In der Nacht zum Pfingstmontag vergangenen Jahres, also vor fast genau einem Jahr, hatten unbekannte Täter den sogenannten Starrenkasten in Pantschwitz-Kuckau mit einer Sprengladung zerstört. In den vergangenen Jahren wurden im Landkreis Bautzen mehrere Blitzer attackiert. So erhielt der Rascher in der Gemeinde Großpostwitz ein rosa Farbkleid. Der in Plotzen in der Gemeinde Hochkirch wurde gar mitsamt Verankerungen aus dem Boden gezerrt. Auch der vom Landkreis Görlitz gelieste mobile Blitzer wurde mehrmals zerstört. Die Grundschule Mitte in Radeberg hat ein Platzproblem, aber eine Lösung steht bevor. Nach einem Abstimmungstermin zwischen verschiedenen Beteiligten und einem Stadtratsbeschluss soll der Speiseraum erweitert werden, sowie weitere Räume entstehen. Ursprünglich geplante Baukosten von 1,6 Millionen Euro könnten steigen, da eine Baugrunduntersuchung zusätzlichen Aufwand ergab. Während der Baumaßnahmen wird ein temporärer Container für die Schulspeisung genutzt, der jedoch größer ausfallen muss als geplant. Die genauen Schülerzahlen sind noch nicht bekannt, aber die Anmeldezahlen beim Hort sind gestiegen. Der Baubeginn wird sich aufgrund von Genehmigungsverzögerungen verzögern und beginnt nicht wie geplant in den Sommerferien. Die gesamte Bauzeit wird auf etwa ein Jahr geschätzt, mit dem Ziel einer geordneten und bestmöglichen Bauphase. Die Sorben nehmen durch die Domo Wiener an der Europida 2024 teil. Der Fußball-Europameisterschaft der sprachlichen Minderheiten. Zwei Teams, männlich und weiblich, vertreten sie vom 29. Juni bis zum 7. Juli in Deutschland und Dänemark. Gastgeber sind Sinti und Roma in Schleswig-Holstein, die Friesen, die deutsche Minderheit in Dänemark und die dänische Minderheit in Deutschland. 35 Teams spielen in 14 Stadien. Organisiert von der FOEV und lokalen Veranstaltern mit einem umfangreichen Rahmenprogramm. Die Europida betont Werte wie Toleranz, Vielfalt und Respekt und stärkt die Sichtbarkeit von Minderheiten und ihre Identität. Das Motto lautet, gemeinsam sind wir einzigartig. Clemens Goda, Leiter der sorbischen Delegation, hofft auf den Einzug ins Finale und eine positive Stimmung bei den Fans und in der Lausitz. Das Nieskier Stadtmuseum zeigt ab sofort eine Freiluftausstellung am Konrad-Wachsmann-Haus. Diese beschäftigt sich mit der Lausitzer Neiße und wurde zu großen Teilen von Kulturhistorischem Museum Görlitz ausgeliehen. Der heutige Nieskier Museumsdirektor Jan Bergmann-Alzwede war während seiner Zeit am Görlitzer Museum 2019-2020 maßgeblich am Entstehen der Ausstellung beteiligt, wie City Manager André Schulze mitteilt. Diese ist beim Tag des offenen Denkmals im September im Garten des Konrad-Wachsmann-Hauses aufgebaut und kostenlos zu sehen. Senftenberg präsentiert am 25. Mai diesen Jahres Offennis Senftenberg, eine einzigartige Entdeckungstour durch die Stadt. Rund 90 Geschäfte und Unternehmen öffnen ihre Türen für Besucher, die auf sechs verschiedenen thematischen Touren die Stadt erkunden können. Von kulturellen Highlights bis hin zu kulinarischen Genüssen ist für jeden etwas dabei. Der Tag verspricht spannende Aktivitäten wie die Besteigung des Rathausturms, die Eröffnung eines neuen Trinkwasserbrunns und ein Kleinfußballturnier für Kinder. Auch das Wissenschaftsmobil und der Science Slam an der Universität bieten seltene Einblicke. Das Projekt wird durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen finanziert und von den Organisatoren Wie Du Willst und Popprojekt koordiniert. Weitere Informationen sind auf der Website offenes-senftenberg.de erhältlich. Jetzt folgt ein ganz besonderer Beitrag in unserer Sendung. In der vergangenen Woche waren nämlich unsere beiden Praktikantinnen Fiona und Hanna für Sie in der Lausitz unterwegs. Für Ihren großen Praktikumsabschluss haben Sie sich in die Scholzhalle in Hoyerswerber gewagt. Dort haben Sie viel über die Angebote rund um Sport und Fitness erfahren und das Ergebnis sehen Sie jetzt. Wir waren zu Besuch in der Scholzhalle, einem Fitness- und Gesundheitsstudio, welches am Rand von Hoyerswerber liegt. Dazu haben wir uns im Trainer Devin interviewt. Woher kommt der Name Scholzhalle? Scholzhalle, der Name kommt von früher noch aus der DDR, die Alfred-Scholzhalle, so hieß das hier früher noch, wo hier Kulturveranstaltungen von Boxkämpfen über Konzerte, Jugendwein vor allen Dingen stattgefunden haben. Und gerade viele der älteren Mitglieder erzählen noch oft davon, wie sie halt früher hier die Räumlichkeiten genutzt haben, wo die Garderoben waren und so weiter. Was bieten Sie hier für Kurse an? Kurse haben wir sehr viele verschiedene, also von Power wie zum Beispiel Zumba, Latino-Dance, Spinning und so, also Indoor-Cycling gibt es hin zur Schule, was halt so die häufigsten Kurse halt einfach sind, gerade weil das halt auch von der Kasse mit unterstützt wird. Gibt es bis jetzt schon Pläne für die Zukunft? Pläne für die Zukunft gibt es immer viele, man muss ja immer vorangehen, immer weitergehen, gerade was jetzt so Gestaltung oder Innovation angeht. Jetzt auch zum Beispiel die elektronischen Geräte, die sich komplett von alleine einstellen, wo man nur noch seinen Chip anhält. Und dann sind halt die ganzen Trainingsdaten gespeichert, eben Sitzhöhe, welches, mit welchem Gewicht habe ich trainiert, wie oft soll ich das Ganze machen, in welcher Intensität, beziehungsweise in welcher Geschwindigkeit mache ich das Ganze richtig. Das sind ja einfach so, wo dann eben die Technik, die moderne oder Innovation halt auch beim Fitnesssektor einzubringen. Was ist Ihr schönster Moment in Verbindung mit der Scholz-Halle? Boah, das ist eine sehr schöne Frage. Also ich sag mal, es sind immer so die Sachen, man begleitet ja, sag ich mal, die Erfolgsgeschichten der Menschen oder man begleitet ja den Entwicklungsprozess vieler Menschen mit. Und da sind das halt so Sachen, wie gerade wenn ich jetzt an unser Ehrenmitglied Marcel denke, wie der dann sechs, sieben Monate nach 30 Kilo abgenommen hat und wir zusammen dann zum Fitnesswettkampf, dem sogenannten High Rocks, gefahren sind, dann ist das schon einfach das Schönste zu sehen, wie man halt andere Menschen begleitet, wie die dann halt sich wohler fühlen, besser fühlen und halt einfach, dass sie auch ein ganz anderes Leben leben können. Also außer den Kursen gibt es natürlich viele andere Möglichkeiten. Die elektronischen Geräte habe ich ja schon angesprochen, weil ich sag mal, ganz klassisch sind ja die häufigsten Ziele, mit denen die Menschen herkommen. Entweder ist das Thema Gewichtsreduktion, um halt im Alltag einfach besser leben zu können, entspannter leben zu können, beziehungsweise das Thema Rückengeschwerden, das ist ja ganz häufig, gerade eben, ob man jetzt viel im Büro sitzt, im Lkw-Sitz, Berufskraftfahrer ist, das ist viele sitzen, tut dem Körper halt einfach nicht gut. Und da muss man halt schon ein bisschen ausgleichen, also ein bisschen was für seine Muskulatur tun, um im Alltag dann halt einfach wieder leistungsfähig zu sein und ein geschwärdepreies Leben führen zu können. Das sind ja so die zwei häufigsten Punkte, sag ich mal. Dann gibt es ein paar spezifische Sachen, aber das sind so die zwei größten Punkte. Na, TV-Umstellung verpasst? Kein Problem. Bei Pure. Hol dir gratis Kabelfernsehen in HD und Streaming einfach nach Hause. Dazu gibt es Internet mit bis zu 1000 Mbit. Jetzt zum Testsieger wechseln auf pure.com. Raumgewinn ist ein Trendsetter, ist Inspiration. Es fängt schon damit an, wenn Sie reinkommen. Wow, was ist denn das hier? Im Raumgewinn sind wir für Sie da, damit Ihr Traum vom eigenen Haus oder der sanierten Wohnung wahr werden kann. Unsere Kunden sagen, wir brauchen jemanden, der uns an die Hand nimmt und die ganze Sache für uns stressfrei gestaltet. Eben aus einer Hand, lass uns das gemeinsam angehen. Besuchen Sie uns in Dresden, Gerockstraße. Willkommen zurück. Jetzt geht es weiter mit den Nachrichten von Polizei und Feuerwehren im Sendegebiet in unseren aktuellen Blaulichtmeldungen. Bereits am Montag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer Jugendlichen in Neusalzach-Bremberg. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen des Geschehens. Am Montagnachmittag kam es zu einem schweren Unfall auf der Bautzener Straße in Neusalzach-Bremberg. Eine 16-Jährige überquerte die Straße in Höhe der Bushaltestelle Spretex, als es zu einem Zusammenstoß mit einem Seat Ibiza kam. Ein Rettungshubschrauber brachte das Mädchen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Pkw des 77 Jahre alten Seniors entstand ein Sachschaden von ca. 4000 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Geschehens. Wer den Verkehrsunfall beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise zum Verhalten der beiden Beteiligten vor der Kollision machen kann, wird gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Eine Streife des Bautzener Reviers hat am Montagabend einen Mopedfahrer an der dortigen Töpferstraße kontrolliert. Eine Recherche ergab, dass das Versicherungskennzeichen für das aktuelle Versicherungsjahr nicht vergeben ist. Nach Überprüfung stellte sich außerdem heraus, dass der 61-Jährige zwei Roller besitzt und die Kennzeichen offenbar ausgetauscht hatte. Des Weiteren stand der Deutsche unter der Einwirkung alkoholischer Getränke. Der Alkohomat zeigte umgerechnet 1,06 Promille an. Damit erhielt er ertappte zwei Anzeigen wegen Urkundenfälschung und Verstoßes gegen die 0,5-Promille-Grenze. Am Montagmorgen ereignete sich auf der A4 zwischen Pulsnitz und Ottendorf-Ukrilla ein Verkehrsunfall, der zu einem 5 Kilometer langen Rückstau führte. Ein 19-jähriger Fahrer eines Kleintransporters fuhr aus bislang unbekannten Gründen auf den verkehrsbedingt haltenden Suzuki eines 77-Jährigen auf. Ein Rettungsdienst brachte den Senior in ein Krankenhaus. Die freiwilligen Feuerwehren aus Lepersdorf und Wachau waren mit drei Fahrzeugen und 17 Kameraden vor Ort. Der Sachschaden beliebt sich auf ca. 6.000 Euro. In der Nacht auf Dienstag haben unbekannte drei Wahlplakate an den Schilleranlagen in Bautzen angezündet. Kameraden der Berufsfeuerwehr Bautzen rückten aus und löschten die Brände. Aufgrund des Feuers wurden zwei Laternen in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden beliebt sich auf ungefähr 460 Euro. Eine Streife sicherte Spuren. Die Ermittlungen übernahm der Staatsschutz. Während einer Streifenfahrt ist Beamten in der Nacht zu Dienstag zwischen der Ortsverbindung Litten in Richtung Purschwitz ein Radfahrer mit unsicherer Fahrweise aufgefallen. Ein Atemalkoholtest bei dem 38-Jährigen ergab einen Wert von umgerechnet 1,64 Promille. Weiterhin fanden die Polizisten bei dem Deutschen ein Springer-Messer. Auch sein Personalausweis war seit 2022 abgelaufen. Für den Radfahrer ging es zur Blutentnahme. Die Uniformierten beschlagnahmten das Messer. Der Mann erhielt Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und verstoß es gegen das Waffengesetz. Und an dieser Stelle gehen wir wieder auf Zeitreise. Im Lausitzwelle Kalenderblatt schauen wir heute auf den Tag genau 58 Jahre zurück in die Vergangenheit. Damals endete die Ära der Kohleförderung im Tagebau Nimtsch, dem heutigen Senftenberger See. Das Lausitzwelle Kalenderblatt Am 15. Mai 1966 verließ der letzte Kohlezug den Tagebau Nimtsch. 1940 war der Entwässerungsschacht, damals noch von der Ilse, Bergbau getäuft worden. Die erste Kohle verließ am 6. Mai 1941 die Grube. Am 20. April 1944 wurde die Umformerstation durch Beschuss zerstört. Die Pumpen fielen ohne den Strom aus. Der Tagebau soff sozusagen ab. Erst im Sommer 1947 konnte wieder angefahren werden. Die Idee zur Nachnutzung wurde vom Landschaftsklaner Otto Rindt entwickelt. Auf seine Anregung hin wurde der Förderbrückenverband vor seiner Stilllegung noch zur Gestaltung des Strandbereichs Großkoschen genutzt. Am 15. November 1967 wurde mit der Flutung des Senftenberger Sees aus der Schwarzen Elster begonnen und 1973 das Naherholungsgebiet eröffnet. Das Lausitzwelle Kalenderblatt Unsere aktuellen Veranstaltungstipps folgen gleich für Sie. Zuvor wagen wir aber auch heute wieder sozusagen einen Blick in die Zukunft mit unserem Wetterbericht. Bis gleich! Am 17. Mai ab 15 Uhr findet in der Emil-Ufer-Grundschule in Olbersdorf ein Tag der Vereine statt. Die Wiese der Veranstaltung ist kommen und mitmachen, dabei sein und Spaß haben. Dieser Tag soll den Besuchern die Möglichkeit geben, die ansässigen Vereine kennenzulernen, Sachen auszuprobieren und ins Gespräch zu kommen. Das alles findet in Verbindung mit einem Trödelmarkt statt. Haben Sie am Pfingst noch nichts vor? Dann erwartet Sie Musik, Gesang und Oberländerblasmusik. Am Pfingstmontag wird Ihnen ein Bundesprogramm auf der Sängerwiese am Hofeberg in Spitzkunersdorf geboten. Der Eintritt ist frei und warme Speisen sowie Getränke werden reichlich angeboten. Gönnen Sie sich in diesem Jahr ein actiongeladenes Event, bei dem Adrenalin, Highspeed und jede Menge Spaß garantiert nicht auf der Strecke bleiben. Auf dem Lausitzring fährt am 24.05. und 25.05. die Deutsche Tourenmeisterschaft jedes Jahr um die Meisterschaftspunkte. Tickets, Tages- sowie Wochenendtickets sind bereits erhältlich. Der Vormittag startete etwas kühler, mit 10 Grad und Sonnenschein. Am Nachmittag schiebten sich ein paar Wolken vor die Sonne, aber es blieb niederschlagsfrei. In Hoyerswerda erreichten die Temperaturen heute 25 Grad. Da konnte man den Start der Badesaison gleichmutig nutzen. Im Bergland pegelten sich die Temperaturen bei 14 bis 21 Grad Celsius ein. Mäßiger Wind aus südöstlicher Richtung begleitete uns den ganzen Tag. In der Nacht zum Mittwoch ist es im Flachland klar und wolkenlos. Die Temperaturen bleiben bei 13 Grad am Morgen. Der Tag beginnt zunächst bei wenig Wolken und viel Sonnenschein. Am Nachmittag nimmt die Bewölkung jedoch zu. Um Abend hin kann es zu leichten Niederschlägen kommen. Im Bergland steigen die Temperaturen von 12 bis 19 Grad an. Der Nachmittag wird böig aufgefrischt von Böen von 60 kmh. Die Nacht von Donnerstag zu Freitag wird bedeckt. Die Tiestwerte liegen bei 13 bis 15 Grad Celsius. Am Vormittag regnet es im Flachland. Im Tagesverlauf zieht sich dieser aber wieder zurück. Eine Wolkendecke schiebt sich in der Nacht vor den Himmel. Am Samstag gibt es überwiegend erst einmal Wolken. Die Sonne ist dann im Tagesverlauf aber mehr und mehr zu sehen. Und es werden angenehme 23 Grad. Der Abend ist wolkenlos, also kann man die Sterne perfekt sehen. Und das war sie schon wieder. Wir sind soweit durch und am Ende der Sendung angelangt. Die nächste Drehscheibe Lausitz gibt es dann morgen wieder ab 18 Uhr im Lausitzwelle Fernsehen. Und ab 18.30 Uhr sehen Sie alles noch einmal auf Sachsen 1 per Satellit. Hier folgt jetzt die Regionalzeit für die Westlausitz mit meinem Kollegen Ingo Schleiernick. Ihn kennen die ein oder anderen von Ihnen sicher aus dem Lausitzwelle Radio. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bis morgen. Auf Wiedersehen.